Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Film. Heute soll es mal um diese taktisch coole EDC Taschenlampe gehen. Und zwar handelt es sich um die Rovivon A28U G2. Viel Spaß beim heutigen Film. Wenn es um eine EDC Taschenlampe geht, setze ich normalerweise hier auf diese kleine Nightcore Tiki. Die ist also wirklich wunderbar klein hier zusammen mit dem Victorinox Mini Champ. Und die reicht halt optimal aus, um halt mal den Weg zu finden oder zum Beispiel das Schlüsselloch etc. Für einen Preis von ungefähr 25 Euro ist das wirklich eine grandios perfekte EDC Taschenlampe. Und wenn es halt mal etwas mehr sein soll, zu groß sollte es natürlich auch nicht sein. Das ist also die maximale Größe. Das wäre jetzt hier die LED Lenser T2QC. Und die hat halt den Vorteil, dass sie verschiedene Leuchtmodi hat. Man sieht es hier. Weiß, Rot, Grün und Blau. Man kann das also durchdrehen, aktivieren. Die ist halt auch sehr, sehr schön, aber eben leider nicht so hell. Die hat 300 Lumen. Bei der LED Lenser weiß ich es gar nicht genau. Ich glaube, da waren es 170. Und jetzt beim Amazon Prime Day habe ich halt dieses gute Stück hier gesehen. Wie gesagt, das ist die Roe V1. Und die sieht halt optisch schon ultra geil aus. Die ist halt außerdem extrem hell. Ich kann mal hier die 300 Lumen von der Night Court Tiki dagegen halten. Und wenn dann jetzt hier die Roe V1 dazu kommt, das sieht man schon. Nicht nur der Leuchtkegel ist wesentlich größer. Es ist ein sehr schönes, reines Weiß. Und von der Helligkeit her ist die absolut perfekt. Von der Größe her kann man hier so eine 18650er daneben halten, dass ihr mal einen Größenvergleich habt. Das hier wäre halt, wie gesagt, so eine 18650er. Die Roe V1 ist minimal größer. Die LED Lenser ist halt eine ganze Ecke größer. Und die Night Court Tiki, von der Größe her, ist die also wirklich schon unschlagbar. Das ist wirklich, wirklich stark. Aber heute soll es halt um die Roe V1 gehen. Und was ich halt bei der Lampe außerdem noch wirklich cool finde, sind die verschiedenen Leuchtmodi. Ihr habt zwei Tasten hier. Und mit dieser Taste hier, wenn ihr die gedrückt haltet, geht das normale Licht an. Drückt ihr zweimal auf diesen Taster, aktiviert ihr ein Rotlicht. Das ist halt auch ziemlich cool, vor allen Dingen, wenn man nachts am Arbeiten ist, damit halt die Augen die Dunkeladaptivität nicht verlieren. Und wenn man jetzt einmal wieder auf diesen Taster drauf drückt, kann man verschiedene Modis durchschalten. Also so wird das Rotlicht heller. So kommt man in einen langsamen Blinkmodus. Und wenn man nochmal drauf schaltet, kommt halt dieser schnelle Blinkmodus. Das ist also wirklich ziemlich cool gemacht. Also wir merken uns, einmal drauf schalten, Dauerlicht. Zweimal drauf schalten, Rotlicht. Und wenn wir jetzt dreimal drauf drücken, geht ein UV-Licht an. Das ist also auch bärig, weil man halt damit zum Beispiel so Geldscheine identifizieren kann. Also ob die echt sind oder aber man kann da nach Flüssigkeitsspuren suchen. Wenn man, ja keine Ahnung was man da suchen könnte, aber wenn es darum geht Flüssigkeiten aufzufinden, hat man halt ein UV-Licht. Was ich halt wirklich stark finde, ist halt die Möglichkeit, damit Geldscheine direkt überprüfen zu können. Das ist schon wirklich stark. Hier gibt es keine verschiedenen Möglichkeiten. Jetzt habt ihr gesehen, es geht hier ein Seitenlicht an. Das heißt, da wo das UV-Licht war, ich schalte das nochmal aus jetzt, Moment. Also 1, 2, 3, UV-Licht, einmal drauf schalten, aus, nochmal einschalten. Und dann geht an der Seite ein Licht an. Das ist jetzt nicht so hell, beziehungsweise durch die Leuchten, die ich hier stehen habe, sieht es halt nicht so hell aus. Aber es reicht optimal aus, um abends zum Beispiel mal ein Buch lesen zu können. Oder vielleicht im Zelt, wenn man es an die Decke hängt, als Zeltbeleuchtung optimal. Wirklich super dafür geeignet. Ich schalte das mal wieder aus. Das sind halt die Möglichkeiten. Also ihr habt Rotlicht, ihr habt UV-Licht, ihr habt dieses Seitenlicht und ihr habt dieses helle Frontlicht. Was außerdem sehr cool ist, ist dieser Haken. Also hier gibt es verschiedene Tragemöglichkeiten. Entweder ihr zieht es so über den beispielsweise Gürtel. Dann tragt ihr die Lampe quasi nach oben. Oder ihr klappt diesen hier aus. Dann könnt ihr den so über den Gürtel drüber schieben. Das heißt mit dem Kopf nach unten. Und was halt auch ziemlich cool ist, hier ist direkt ein Magnet dabei. Das heißt, wenn ihr irgendwo eine Metallstange habt, hängt ihr einfach die Lampe daran. Finde ich wirklich geil. Natürlich lässt sich dieser Clip auch ablösen. Ich habe etwas gebraucht, um den hier drauf zu bekommen, weil der halt wirklich stramm drüber geht. Aber lässt sich halt problemlos auch wieder entfernen, wenn man ihn halt nicht haben möchte. Und natürlich ist hier hinten noch so eine kleine Öse, wo man ein O-Ring durchziehen kann. Beziehungsweise so ein Schlüsselring. Und dann hat man eine weitere Tragemöglichkeit. Die Lampe kostet normalerweise um die 70 Euro. Wie gesagt, die Tiki 25, die LED-Lenser würde um die 50 kosten. Beziehungsweise ich glaube, ich habe sie sogar schon für 40 im Angebot gesehen. Die hier normalerweise 70. Und beim Prime Day gab es die für 50. Und da habe ich mir gedacht, okay, für 50 hole ich sie mir, weil sie halt wirklich erstens eine sehr schöne Größe hat. Zweitens, die verschiedenen Funktionen, die sie anbietet, ist auch ziemlich, ziemlich geil. Und sie ist halt wirklich unglaublich nützlich. Also wenn man nachts unterwegs ist, ihr seht das ja, sie schmeißt einen richtig schönen großen Kegel. Also auch wenn man durch den Wald geht. Und natürlich hat sie jetzt nicht diese beispielsweise Leuchtfunktion von der Tiki. Das ist, wenn die Lampe angeschaltet ist und sie schaltet sich dann aus, leuchtet die noch etwas nach. Das wäre natürlich auch schon so ein schönes Goodie gewesen. Aber bei der kleinen Lampe braucht man es, damit man sie überhaupt wiederfindet. Und die hätte man ja wahrscheinlich eher in irgendeinem Schlüsselbund oder irgendwas dran. Von daher finde ich das halt wirklich schon ziemlich, ziemlich geil. Wobei, da fällt mir gerade ein, ihr habt ja noch gar nicht alle Funktionen gesehen. Denn bis jetzt haben wir ja nur mit dem zweiten Knopf gearbeitet. Mit dem zweiten Button hier hinten. Hier vorne gibt es ja auch noch einen. So und hier gibt es halt die Möglichkeit, die Taste drücken und gedrückt halten für ungefähr 5 Sekunden. Wenn man dann drauf drückt, hat man einen neuen Modi eingeschaltet. Und wenn man diesen Modus halt aktiviert hat, dann kann man auch mit dem zweiten Button immer wieder drücken. Und es kommt immer wieder dieses doppelte Signalleuchten. So, eine weitere Möglichkeit ist, wenn ihr nur einmal drauf drückt, ich halte das jetzt mal in die Kamera. Aber es wird nicht so hell werden. Und zwar, wenn man einmal auf diesen ersten Button drauf drückt, geht halt so ein leichtes Licht an. Also ihr seht, das ist unter meinen Studioleuchten gar nicht zu sehen, beziehungsweise kaum zu sehen. Kann man also einfach mit diesem Taster einmal eindrücken. Beim zweiten drücken geht es auch gleichzeitig wieder aus. Was auch noch wichtig ist, wir haben ja gemerkt, wenn wir diese Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten, bestätigt uns dieses 2x Blinken, dass wir jetzt quasi in diesem Signalmodus sind. Das heißt, wenn wir jetzt hier hinten die zweite Taste drücken oder auch die erste, dann kommt halt immer 2x dieses Geblinke. Und um das wieder auszuschalten, muss man bei der hinteren Taste halt 5 Sekunden drücken. Und das wird dann gleich durch 3x Leuchten bestätigt. So, jetzt sind wir wieder im normalen Leuchtenmodus. Also ihr merkt, das Ganze ist nicht so ultra leicht, aber es wird halt eine Bedienung dazu geliefert, eine Bedienungsanleitung, wo halt alles ganz gut erklärt ist. Und die Grundfunktionen, die sind einfach über den zweiten Button zu erreichen, wie das UV-Licht, das Rotlicht, das Seitenlicht oder auch dieses Hauptlicht. Das macht man alles mit dem zweiten Taster. Und mit diesem ersten Taster kann man halt noch ein paar zusätzliche Funktionen einstellen. Und was praktisch ist, ist, dass die Lampe sich die Einstellungen merkt. Das heißt, wenn ihr als letztes zum Beispiel diesen Signalmodus hattet, ihr legt die Lampe weg und nehmt sie dann wieder hervor und schaltet dann ein. Dann ist sie direkt in diesem Signalmodus drin. Den haben wir ja jetzt gerade ausgeschaltet. Normalerweise wäre das so der Fall. Was auch sehr schön ist, die Lampe wird über USB aufgeladen und zwar von über den modernen USB-C. Sehr praktisch. Bei der kleinen Tiki ist es so, da gibt es noch so einen speziellen Ladeadapter. Ich glaube, das war USB-B. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja, der USB-B oder wie der auch immer heißt, der soll ja jetzt quasi abgeschafft werden. Man will alles auf USB-C umbauen. Deswegen, die entspricht schon dem modernen Standart. Und es hat halt den Vorteil, bei 1000 Lumen, die sie rausschmeißt, dass man halt den Akku wahrscheinlich öfter aufladen muss. Und mit USB-C geht das halt wesentlich schneller. So, und das ist halt die Rovivon A28U G2. Es gibt noch eine kleinere Version davon. Die ist dann ungefähr, ja, ich glaube, ungefähr so groß. Also das Stück hier plus etwa die Hälfte von dem silbernen. Die ist dann nochmal etwas kleiner, etwas handlicher. Ist nicht ganz so hell wie die. Hat außerdem auch nur ein weißes Licht. Also nicht diese Zusatzfunktion mit UV-Licht und Rotlicht. Aber falls ihr sagt, ihr braucht das ohnehin nicht, könntet ihr euch auch mal die kleinere Variante anschauen. Die ist natürlich eine ganze Ecke günstiger. Von der Helligkeit her liegt die, glaube ich, bei 800 Lumen. Die hier hat 1000 Lumen. Die kleinere davon hat, glaube ich, 700 oder 800. Ich weiß es nicht genau. Ich habe die nur beim Stöbern im Shop mal gesehen. Und wusste aber für mich gleich, dass ich die hier haben möchte. Das war es zum heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir gerne ein Like und einen Kommentar da. Und dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin. Ciao.